was geht ab und willkommen zu einer weiteren live reaktion zu einem weiteren best of dies wurde zusammengestellt von unseren boys lei und shido die vielen dank für die zusammenstellung wir hoppen da am besten gleich mal rein das ganze geht ein bisschen länger und vorsicht an die headphone user das stand im thumbnail von dem video dass sie da aufpassen sollte also schützt eure ohren stellt eure headphones eure kopfhörer bisschen leiser oder beziehungsweise ich an der schalette und dann würde ich sagen ja finanziell gesagt an die beiden jungs ich bin ich bin auf jeden fall sicher dass sie das sind viel schild zusammengestellt haben ja hallo kleines geschenk an die wirtin herren als ich habe jetzt ein laufsteller der große affe möchte er hat ja vor kurzem die 14.000 abonnenten erreicht und deswegen ein kleines best of von seinen besten szenen in dem glaube sogar fast von über einem jahr zeit vor sich halt von 16 jetzt mal so alles zusammen gesammelt und das packen wir jetzt über ein jahr zusammen gesammelt okay ein best of rein und hiermit wünsche ich euch dann viel Spaß auf dem video und ab geht es let's go danke ohje da sind wir schon und zwar kurz zusammenfassend lei hat gemeint es war quasi zum 14.000 abospecial hatte quasi hier den best of geschnitten vielen lieben dank über ein jahr vor mir haben sie was gesammelt der boy lei und shido die ich benutze einfach mal ganz kurz weil er selbst war bei mir ein bisschen leise deswegen vielleicht kam das nicht an aber dann kommt mir mal rein das war das war beim facecam reveal das war beim facecam reveal ist eins geblieben darüber hinaus leute passiert das hier die ansagen die ansagen sind immer da gewesen freunde die ansagen sind immer da gewesen ich sag's euch doch das war mein geburtstag zum halloween übertreiben geil mit dem rollkragen rollkragen okay okay nice good job mate geil no 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 keine place odyssey stream ich hab das so genossen warum 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 mich da so ausgeraten weil wir hingen hier locker eine stunde lang fest locker eine stunde lang fest haben wir das doch noch geschafft oh das war first try ich weiß gar nicht first try ne ne ich hab das war nicht first try das sind die schatten steps league of lego schatten steps keinem busch raus keinem busch raus nee jawolloo kennt ihr überhaupt mein charakter rine ohhhh rine ohhh ohhhh rine ahhh hallo rine ah der ist alter miaw miaw wir wollen scha- JA HAHAHAHA chance cosplay les go Auf die ansage oohh Asili assili mein homeboy schöne grüße raus an dich die wollten asili er sehen ich bin kein ich bin kein mensch der horrorfilm anschauen niemals nein warum soll ich mir so ein scheiß geben also lasst mich doch chillen warum soll ich mir so ein scheiß geben nein einfach nein ich mich bin ein ist irgendwie gestalt im zimmer ja horrorfilm und ich oder aber gäbe es nicht so meins ich möchte es nicht so meins ich möchte es sein ja her ah es ist alles wir machen die glowerwaves oh mein gott Das war der Moment, Alter. 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 Das war der Pace. Das war der Pace, Alter. Nichts anderes. Genau das und NICHT anderes, Alter. Fuuuck. AHHHHH! Das zu sehen hat viele gut getan, Mann. Das zu sehen hat viele gut getan, ohne Spaß. Oh, das war so geil. Ich muss mal kurz die Ausländer... Was? Oh mein Gott. Das war so geil, Mann. Das war so geil, bei NICHT! Vorm Schlafen gehen, bei NICHT! Runter gedrückt in Shit und dann kam er Gott sei Dank. In dem AGL-Wanner war das. Da gab's doch keinen GS. Es ist ja gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich nicht drauf reagieren soll. Bleib genau so stehen, Junge. ZRA! Genau so! Genau die Finger! Genau das! Und oben herab die Kaisersfinger! Oh, die Pace! Wenn du Jings treffst, dann da. ZACK! BOOM! Raus mit euch! Nice Jungs, sehr sehr gut. Das war sehr gut. Alter, das war krank. Mit dem Handtuch, Coach, oder du? Schick das ein für... OP-Highlights! Schick die Scheiß-Aber rein! Wir müssen mal den deutschen Streams auch in die Clips kommen! Auf diesen YouTube-Bildo! Schickt das rein, BOMBOKOMBO! Macht einen Clip, Freunde! Für die Clips, die ihr gut erstellt, immer! Oh mein Gott, Alter! Ja, Mann! Ja, Mann! Ah, wir sollen uns fusionieren. Geht nicht, Mate. Mein Power-Level ist zu hoch für deins! UoooooooooooBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo建ais! Uiers Schaut her! Schaut her! Ich fühl es doch nicht, deswegen... Da hab ich ne Biene gefangen, da hab ich ne Biene gefangen. Oh, hier ist schon ein Spoiler, hier ist schon ein Spoiler. So ne richtig fette Biene, du, die ich zeige dir. Ich fühl es doch nicht, deswegen... Wir machen es gleich warm... Was hab ich euch gesagt, Mann? Wir sind alle ernstig gewohnt... Ich stelle grad immer leise und laut rein. Ja, er soll ruhig zuhören. Er soll ruhig zuhören. Ihr dürft ihn ruhig schlagen, Alter. Er ist nie. Gut so. Zwei Verdienst auf Global, oben links. Zwei LRs wurden heute gezogen. Oh mein Gott! Ist GG! Oh, jetzt jetzt. Oh nein! Was ist das? Was sind denn die heutigen Porunga-Missionen? Sock! Hä? Das war auch geil. Das war geil, Alter. Na, du Papp-Nasi, hab ich dir auch so ein Porunga gehört. Hä? Junge, 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 Junge. Geil, Alter, geil, ohne Spaß. Es gibt keine Porunga-Missionen mehr. Sieh zu, dass ihr die Coins ausgibt und die Tickets. Ja, Leute. Weg mit Porunga! Ja, Sensei, ja! Jetzt kommt Gott sei Dank mit Full Power aus. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Oh, hört auf, hört auf, Freunde. Wir wollen keinen Chaft. Oh, da ist kein Platz für einen Chaft, Mann. Let's go! Yes! Genau das, Alter! Jawoll! Erste Mutti kann das sein. Da ist kein Platz für Chaft! Oder nee, erster Durchlauf. Da ist kein Platz für Chaft, ja, ja. Bo Ele Bojack! Ele Bojack! Ich weiß nicht. Bo Ele Bojack! Bo Ele Bojack! Ele Bojack! Ich weiß nicht. Ja, wie oft an F! Wie oft er das Vido holt. Ich weiß nicht. Bo Ele Bojack! Bo Ele Bojack! Ele Bojack! Okay, wir haben es verstanden. Das ist nicht Ele Bojack. Würdest du dich gerade verarschen, Alter? Wie oft? Oder war das ein Kartfehler hier? Ich glaube nicht. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Habt ihr schon mal gefragt, was eigentlich hinter dem Spiel du kein Betten steckt? Also bildlich gesehen? Nein? Schaut mal. Ich zeige es euch mal. Let's go. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch mal. Der wahre Oseru. Der wahre Oseru. Der wahre Oseru. Das wackelt. Aski! Schon wieder Essen hier. Alter, wo du schon Vegeta-Pull war, das ist nachgedacht. Das war zum ersten Mal, als ich Majuera gezogen habe. Auf JP. Das war auf JP damals, das war so geil, Alter. Das habe ich auf Twitter gepostet, als ich mit Twitter angefangen habe. Damals wusstet ihr noch nicht, wie ich aussehe. Wahrscheinlich haben sehr viele gedacht, das ist einfach irgendein Typ, der das quasi im Internet gepostet hat. Ey, das war ich. Jetzt! Ich hoffe, jetzt haben wir... Was ist los? Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall alle viel Spaß bei diesen Best-Top-Vonosern. Alles Gute zu den 14 Jahren und weiteres. Und schon nur die ebenso. Gutes YouTube-Da-Sein bis hoch zu den 20k. Vielleicht wirst ihr bald von Platz 2 auf Platz 1 hochreiten auf der Liste der größten deutschen Dukan-Youtuber. Vor dir ist ja, glaub ich, nur noch... Achso, so machst du das. Machst du, soweit ich weiß. Ansonsten... Ich dachte, jetzt kommt irgendein Dis-Track von ihm gegen mich. Machen wir auf diesem Video und bis zum nächsten Mal. Danke, Mate, danke. Ciao. Haut rein, haut rein. Vielen Dank. Bye, guys. Ja, Freunde, war echt angenehm. Ich hab's... Also, so war echt ein schönes Best-Top. Vielen lieben Dank an Lion Shidori. Wie gesagt, ich hab an ein oder anderen Stelle immer kurz leise und laut machen müssen, weil... Ich weiß nicht, ob's bei euch auch so ankommt nachher. Aber ich hatte hier auch volle Max-Stärke und bei mir auf beiden Kopfhörern war's trotzdem noch ein bisschen zu leise. Anyway, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn, so viel dazu. Lieben vielen Dank dafür, für die Zusammenerstellung von dem Best-Of Lion Shidori. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, lass auf jeden Fall like dir. Lasst ihr Jungs wissen, wie ihr das gefallen habt in den Kommentaren. Das Satz zu meiner Reaktion war echt cool. Also, vor allem, das waren so Schnitte aus dem letzten vergangenen Jahr. Da waren, glaube ich, sicherlich paar Sachen dabei, die ihr noch nicht gesehen habt. Ähm, ja, wie gesagt, lasst mich wissen, wie ihr euch das gefunden habt. Bis dann, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.